Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Also, das ist mir einfach unverständlich, dass die Ulli, ja, sich Frau Weismünner beschwert hat. Sie hat sich ja auch nicht beschwert. Er, der Herr Gatte, hat die Termine storniert, weil du ja immer auf gewisse Körperregionen starren würdest. So ein Schmarrn, wenn ich jemandem das Schwimmen beibring, dann muss ich doch auch hinschauen, was der oder diejenige macht. Das schon. Du sollst ja aber das Brust schwimmen lernen und nicht das Brust kraulen. Das dauert doch bloß Hilfestellungen. Ich greif unter, damit's nicht absaut. Grüß Gott, mein Ant. Guten Morgen, Brutzal. Guten Morgen. Gut geschlafen? Danke. Das Platz ist einfach super. Sepp, wenn du die Bärgesuchst, die sind dahinter. Was hast du eine Zehnerkarte für ein Schwimmunterricht bei dir? Wieso denn? Die Stifte meiner Frau. Ja, aber Sepp, deine Frau kann doch schwimmen. Leider. Ja, vielleicht hätt's einen neuen Schwimmstil, irgendwas anderes. Und dann hätt ich mir nächstes mal Ruhe von ihr. Ja, der Wahnsinn, der hat die Holzfahrer hinten. Der Bärt, mein ich, ist ein bissel zu steil für dich. Du musst nur ein bissel wachsen. Da hab ich schon ganz andere Gipfel erstürmt. Pass bloß auf, dass du nicht einmal abstürzt, du Kampenwand-Casanova. Simona, desto stehst du nicht. Das ist sozusagen der männliche Jagdinstinkt. Genetisch bedingt bei mir, sozusagen das Skilehrer-Gen. Juhu! Du bist aber momentan ein Schwimmlehrer, dem die Kundschaft langsamer ausgeht. Ha! Du hast aber nicht vergessen, dass man bei mir Wasserskifahren lernen kann, ja? Frag bloß keiner danach. Ja. Wer losgiert denn da jetzt eigentlich im Mietcamper drin? Ab heute Familie Unkelbach aus Mönchengladbach. Ein Ehepaar. Rheinländer? Wie alt sind sie? Verheiratet. Du, in meinem Gästeservice, da frag mal nicht nach dem Familienstand. Ich bin für alle da. Das hast du ja oft genug bewiesen. Sag mal, glaubst du immer, dass ich bloß an das eine denke? Ja, du hast doch selber gesagt, das Skilehrer-Gen. Ja, vielleicht braucht noch die Herrschaft niemanden, der ihnen gastfreundlich zur Seite steht. Nur einen fremden Führer. Du meinst wohl einen fremden Fährführer? Hansi, das sind Rheinländer. Ja, aber bitte, kannst du ja gleich selber fragen. So, und jetzt halt und ein bissl einschlagen. Gut, und zurücksetzen. Und stopp. Und halt. 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 Heinz-Dieter, ich habe doch gesagt, dass ein Bäumchen ist. Heinz-Dieter, ich habe doch gesagt, dass ein Bäumchen ist. Ein Bäumchen. Ja. Ein Bäumchen. Ja. Das ist nicht. Der Westbarn ist schon 40 Euro alt. Ich hätte mal sein Ding ja keiner. Au Backe, au Backe, au Backe. Au Backe. Also, nein. So ein Briss. So ein Briss. Du kriegst Rüsselinger, Triss. Na ja, der Baum hat es ja überlebt. Aber Sie werden halt eine neue Stoßstange brauchen. Ich persönlich glaube ja sogar eine neue. Wissen Sie, ich fahre ja grundsätzlich nach der Rückspiegel, ne? Und ich habe so Zusatzbremslüchte dran. Und da habe ich mich da... Ich habe den Baum einfach nicht gesehen. Tja. Ja, ja. Unsere Bahnen sind unberechenbar. Aha. Können Sie bestätigen, ob der Baum eingefangen hat? Ich meine, für die Versicherung. Ja, das kann der Hansi bezeugen. Was kann ich nicht? Ja, hier. Dann nehmen Sie mal von mir einen Euro, ne? Vergelt's Gott. Einen ganzen Euro. Ja, hören Sie mal. Ich bin doch keine Schwabe. Na, da werden Sie da, haben Sie frei. Aha, aha, aha. Was höre ich denn da? Ja. Sie haben hier also quasi eine internationale Belegung. Ja, schön, gell? Komm doch, liebe Kleine, sei die meine Schadigkeit. Du sollst bis morgen früh um neune meine kleine Liebste sein. Ja, ja. Können Sie mal. Ich hab immer irgendwie gedacht, hier in Bayern pflegt man ausschließlich das bayerische Fortschritt. Und? Ja, alles zu seiner Zeit. Ah, genau. Zum Beispiel war heilhaft noch Heimatabend. Ja, ha, ha, ha. Na gut. Das will denn, was ist das denn? Ne wild gewordene Hornisse? Darf ich mir vorstellen? Kann sie hinter... Hinterseer? Da sind sie beim Waschen aber ganz schön eingelaufen, warte? Ha, 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 ha. Heinz Dieter, kommst du jetzt? Wir müssen ausladen. Ja, 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 sicher. Wie ist das hier mit Ihnen checken? Hä? Er meint einchecken, also anmelden. Ach so, die Formalitäten können ja später erledigen. Sagen Sie mal, haben Sie denn in den Wohnwaren auch einen Ofen? Mein Gott, wir haben 30 Grad im Schatten. Natürlich, Kochplatte, Kühlschrank, alles da. Aber wenn Sie was essen wollen... Ne, hören Sie mal, ich habe alles dabei. Geschirr, Töpfe, ne Pfanne, die Bettwäsche. Die hab ich mit Mühe und Not in das Auto gekriegt. Sie müssen wissen, ich kann nur in der Bettwäsche schlafen. Klo und Dusche müssten Sie mir noch zeigen. Was kostet? Haben Sie auch ne Wanne? Selbstverständlich. Unser See ist beheizt. Ne. Ja doch, wenn den ganzen Tag die Sonne drauf scheint. Doch. Das war ein kleines Spaß. Ach, das war ein Spaß, das war immer gut. Heinz Dieter? Ja, jetzt. Geh jetzt erst einmal in Ruhe ausladen. Sagen Sie mal, Meister Platzwart, wo ist denn jetzt hier die Zugspitze? Zugspitze, da drüben ist die Kampenwand. Die Kampenwand? Liebe Leine, ihr habt keine Zugspitze, ist nur die Kampenwand. Also, ich wünsch viel Spaß beim Ausfahren. Ja sicher, sicher, sicher. Ja, Sie und wenn Sie noch was brauchen, dann... Hören Sie mal, kein Bedarf, ich habe alles dabei. Und so wie ich das will, ne, so machen Sie mir das sowieso nicht. Doch, doch, doch. Wie wollen Sie's denn? Ümmesüns. He? Umsonst. Hahaha. Ich will eigentlich kommen, ne? Doch, ein ganzer Euro. Wie großzügig. So, hier, haben wir schon mal einen waschechten Sauerbraten von meiner Mutter. Also, sind Sie mal so lieb und schließen Sie mir die Tür auf. Sie müssen wissen, meine Frau kann unheimlich schlecht tragen. Brücken? Nee, Schuhe. Hallöchen mit Ölchen. Uuuu. Also, für die Schuhe haben Sie aber bestimmt einen Waffenschein. Hab ich. Hat der Heidi geschenkt. Gut, Heidi? Die Schuhe sind aber nix für die Berge. Heidi, mein Heinz-Dieter. Heidi eben. Haha. Die sind aber super schick. Sie, wenn Sie mal den Rat eines Profis hören wollen. Ach. Sie sind Profi? In was? Ich hab mir noch gar nicht vorgestellt. Hansi, gib der Frau Unkelbach den Schlüssel. Hansi Hinterbichler, Berg- und Fremdenführer, Segel-, Schwimm- und Skilehrer. Ich bin sozusagen das betreuerische Komplettpaket. Alles in einem. Sie können mit mir machen, was Sie wollen. Mit Ihnen machen, was ich will? Was Sie wollen. Hansi, vergiss bitte die Schwimmstunde für die Tine nicht. Ja, die Tine, die kann schon ein bisserl warten. Ich möchte jetzt aber nix, dass Sie mir zu spät kommen. Tine, die ist erst dreieinhalb, die kennt die Uhr sowieso noch nicht. Und eigentlich lernen die Kinder das Schwimmen so richtig mit fünf. Oh, Sie sind ja ein richtiger Filum. Und was man da so alles über Bergführer und Skilehrer hört... Was hört man denn das über Bergführer und Skiführer, hä? Bitte? Achso, Entschuldigung. Kann ich irgendwie helfen? Ich wollte aber gerne wissen, was man so über Bergführer und Skiführer hört, hä? Ja, also das darf man jetzt nicht alles glauben. Na, na. Achso, ich verstehe. So. Hier, nehmen Sie es da. Sagen Sie mal, hätten Sie Interesse an einem Schwimmkurs? Ne, wissen Sie was? Ich schwimme am liebsten im Geld. Ja. Ja, oder vielleicht die gnädige Frau. Oder das kleine Töchterchen. Meine Tochter möchte nicht schwimmen lernen. Und wissen Sie auch warum? Ich hab ja keine Tochter. Ja, ja. Ja, oder haben Sie vielleicht Interesse an einem Segel? Oder Tauchkurs? Ja, an eine Bergwanderung, an eine Glettertour, an eine Radletour, oder Mountainbiking, Rafting, Golfing, Sigelflying, Ridinging. Jetzt machen Sie erstmal Lufthooling, hä? Ja, da müssen Sie schon stopp sein. Also, auf was haben Sie jetzt Lust? Auf einen? Siegelkurs, Tauchkurs, Bergwanderung, Glettertour? Stopp! Glettertour. Ne, wissen Sie was? Sie lassen mich jetzt erstmal ganz in Ruhe hier ankommen. Und morgen, da gibt es sowieso ne richtige Sause. Ne Sause? Rundergeburtstag. Haha, das ist doch gleich organisiert. Wann soll ich vorbeikommen? Ne, ne, das haben Sie jetzt falsch verstanden. Das ist nur im allerkleinsten Familienkreis. Ach so, da komme ich noch mehr aus der Familie. Herr... Unkelbach. Heinz-Dieter Unkelbach aus München-Gladbach. Ne, wissen Sie, das ist ein altes Prinzip. Nur meine Frau und ich. Wissen Sie zum Beispiel, wo wir die Flitterwochen verbracht haben? In Paris? Ne, im Schlafzimmer. Hahahaha. Entschuldigung. Wo kann man sich denn hier was frisch machen? Mach die mal frisch. Unsere sanitären Anlagen befinden sich da hinten. Und wenn Sie noch was brauchen dann? Danke. Wenn ich was brauche, sind Sie der Erste, den ich rufe. Hansi, die Tine wartet. Was? Ach so, ja. Ich bin doch eh schon im Kostüm. Meine Herren. Die Pflicht ruft. Was ist das denn? Baywatch auf Bayerisch, wie? Ja, genau. Der ist die Bayerische Antwort auf David Hesselhoff. Das ist schon ein seltsames Völkchen, diese Bayer, ne? Moin, moin. Wat Mut, dat Mut, eh? Moin, moin. An der Nordseeküste. Ja, wir stehen hier drüben. Wir sind jetzt quasi Nachbarn. Wie ich gerade schon so nett bemerkte. Das ist ja wirklich ein seltsames Völkchen, diese Bayer, ne? Ich meine hier zum Beispiel der Schwimmlehrer da, ja? So ein typischer Bayer, ja? Ein ausgeschlafenes Seppelschlitzohr. Ein Seppelschlitzohr mit allen Wassern gewaschen, ne? Ich meine, wie diese Armölis halt so sind, ne? Ein räuberisches Völkchen am Nordrand der Alpen. Habe ich mal gelesen. Ahoi! Ich bin aus Mönchengladbach. Ich bin aus Mönchengladbach. Mein Name ist Heinz-Dieter Onkelbach. Ihr nannt Heidi. Ja, und Sie, Sie sind aus Hamburg, richtig? Komm her. Schauen Sie mal in der Lübde. Oh! Was ist das denn? Das ist in Münchner Kennzeichen. Da gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das ist ein Mietauto. Oder Sie sind ja nicht aus Hamburg, sondern aus... Aus München. Aus München. Seit meiner Geburt. Ein echter Bayer. Untergiesinger Räuber. Seppelschlitzohr. Almöle mit allen Wassern. Sogar mit echten Isar-Wasser gewaschen. Das ist aber jetzt blöd gelaufen. Haben Sie da nicht eben die Reeperbahn gespielt? Naja, ich bin ein Fan vom Hans Albers. Ihr wisstens kommt daher, weil ich in Hamburg gedient hab. Ich war bei einer Marine. Ich war beim Bund in Bad Reichenhall. Ah, was? Ja, Gebirgsjägerbrigade 233. Tragt ihr Kompanie. Ihr Statten, Obergefreiter, Muli-Treiber. Haben wir schon gedacht, dass Sie was mit Pfiechen zu tun haben? Äh, was meinen Sie jetzt damit? Ist ja ungut. Das war doch letztlich ne herrliche Zeit beim Militär. War schön, sehr schön. Wissen Sie, was bei den Gebirgsjägern Sex auf einer Eckbank heißt? Keine Ahnung. Reit im Winkel. Ja, der ist ganz gut. Ich bin übrigens der Meiersepp. Sie sind der Meiersepp? Ja. Der Meiersepp? Der Sepp? Der Sepp Meier? Das wüsst ich. Der legendäre Torwart. Hier. Die Katze von Ansing. Der schreibt sie mit A, I. I schreib mit A, Y. Und I war mein bester Tag der Tiger von Giersingen. Wat find ich? Giesingen. Heimat zum Beispiel von 1860 München. Von den Brauen von Bössl. Um Jottes Willen, um Jottes Willen. Dann gehören Sie ja auch zu dieser Glaubensgemeinschaft. Moment, Moment. Wieso Glaubensgemeinschaft? Sollte ich besser sagen die Blauen? Oder noch besser die Blauäugigen Münchner? Moment. Wenn, dann waren das die Löwen. So viel Zeit muss es sein. Ihr glaubt doch schon seit Jahren an den Aufstieg. Und wenn wir nicht gewesen wären, dann werdet ihr längst Pleite. Was weißt du? Wer, 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 ihr? Ihr vielleicht vom Borussia Mönchengladbach oder was? Nein, nein, nein. Wir vom FC Bayern München. Das Geld haben wir, was man von euch ja nicht gerade sagen kann. Und euer neuer Investor da, dieser Scheisch. Moment, Moment, langsam. Der werdet sich roden aber noch mal schauen. In drei Jahren bauen wir unser eigenes Stadion. Dann könnt ihr fragen, ob ihr bei uns einmal spielen dürft. Aber dann bestimmen wir die Catering-Preise. Heinz-Dieter? Ich freuste dann das restliche Jörg-Petter. Salinchen, wenn ich doch mal eben bekannt machen dürfte. Das hier, das ist unser geschätzter Nachbar, der Herr Sepp Mayer. Mit A-Y. Guten Tag. Ebenso. Wussten Sie eigentlich, dass der richtige Sepp Mayer, äh, ich meine der mit A-I, der legendäre Torwart, dass der von Jebuchtsnamen ja nicht Sepp heißt? Nein. Heinz-Dieter. Schmorm. Nee. Josef-Dieter. Für deine Namensspielerei, dann hast du auch später noch Zeit. Ich sprach jetzt den Koffer mit dem Dirndlkleid. Sie haben das gehört. Die Pflicht ruft. Bitte. We are the champions. Of the world. Papa! Papa! Mein Ableger. Papa! Ich hab einen Flussuferläufer geschossen. Na! Wo liegt der Jogger jetzt? Aha! Einen Vogel. Einen Aktitis Hypoleukus. Mit meiner Kamera. A Trittis, was? Sag mir, Buh, warst du vielleicht zu lange in der Sonne? So, liebe Leine. Jetzt haben wir noch den Koffer, die Tüt und dein Bluticase. Dann haben wir alles. So viel ist der geil. Ich war mit dem Radl drüben in der Bucht beim Beobachtungsturm. Ja, und da ist er mir quasi vor die Kameralinsen geflogen. Besser gesagt, Glaufen. Ah, ist er. Ja, da schau mal her. Aktitis Hypoleukus. Ja, zu Deutsch, Flussuferläufer. Gehört zu den Regenpfeifer-artigen Schnepfenvögeln. Da schau mal her. Das Oberkleid, das ist einheitlich olivenbraun. Und der Bauch, der ist weiß. Da schau mal, die Augen, die sind schwarz und die relativ kurzen Beine etwas gefärbt. Ich weiß noch nicht, was du hast. Die Beine sind nicht relativ, sondern ich würd sagen, die sind gerade recht. Und das Oberkleid, das ist pink und nicht olivbraun. Papa, von was redest du denn schon wieder? Von meinen Beobachtungen. Und ich bin näher an der Natur, wie du glaubst, mein Sohn. Aber du hast doch nur deine Wasserschnäpfen im Sinn. Was? Ach so. Hallo. Ja, egal wie Papa. Ja. Ich stell meine Aufnahmen gleich einmal in mein Fotoalbum ins Internet. Ja, ja. Ja, ja. Ab ins Internet. Bin gleich wieder da. Ja, ja. Ja, dat is Natur, dat is bayerische Wildnis. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ja. Und morgen fühlst du dich wieder von einer Heuschreckeninvasion bedroht. Mücken, liebelein, Mücken. Du weißt euch, ich habe diese Allergrie. Gegen Mücken? Nee, nur gegen die Stische. Schrauben, ich bleibst den Schrauben. Sehr. Florian! Mein Gott, wo ist denn der schon wieder hin? Der schreckt einen Uferläufer vom Fluss ins Internet. Wie kann man bloß so vogelnarrisch sein? Ja, hast recht. In dem sein Alter, da waren wir wenigstens Vogelwuld. Stimmt. Möcht bloß wissen, warum ich dich trotzdem geheiratet hab? Vielleicht, weil du grad das Vogelwulde so ein Mürmeng hast. Nee, was sollen denn unsere Nachbarn denken? Die Nachbarn, oh, die Nachbarn, die heißen O, 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 O. Ockelbach oder so ähnlich. Die kommen aus dem Rheinland. Besser gesagt, genauer gesagt, aus Mönchengladbach. Ja. Alles doch schön. Wenigstens einmal eine Abwechslung. Hallo, ja. Möchtest du vielleicht sagen, dass dir die holländische Familie letzte Woche mit ihren oranien Kloppen an die Füße nicht Abwechslung genug waren? Hallo, hallo. Hören Sie mal. Nicht, dass Sie denken, ich hör dauernd zu oder so. Aber ich hab gerade gehört, Holland. Kennen Sie den? Was ist ein Holländer ohne Anhängerkupplung? Keine Ahnung. Ein Obdachloser? Verstehen Sie? Keine Anhängerkupplung. Keine Waren. Keine Waren. Keine Waren. Kein Dach überm Kopf. Verstehen Sie mal. Der ist wirklich gut. Der ist ganz gut. Ich bin nämlich so ein Witziger. Wisst ihr, gestatten Heinz-Dieter Onkelbach aus Mönchengladbach, genannt Heidi. Freut mich. Ach hier. Und das hier, das ist meine Frau, die Salina. Die ist nicht immer so witzig. Ach. 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 Du tust der Frau ja weh. Sehr angenehm. Freut mich auch. Sie müssen wissen, der Name Salina kommt aus dem Hebräisch-Arabisch-Friesischen und heißt so viel wie die Friedliche. Ach. Auf eine gute Nachbarschaft. Ja. Ich bin nämlich Onumnastiker. Ah. Una was? Onumnastiker, Namensforschung, eines meiner Hobbys. Ah. Schon gedacht, das wäre vielleicht was Unaunständiges. Was Unaunständiges? Das ist auch ein Hobby von mir. Ja. Sie müssen den Heidi entschuldigen, aber der ist immer so an Witze machen. Ja. Macht doch nix. Wir haben gerne ein bisschen Unterhaltung, gell, Sepp? Ja, Unterhaltung schon, ja. Sehen Sie mal, Salina heißt unter anderem im Arabischen auch die kleine Prinzessin. Ja, dann passen Sie auf, dass ihr Frauen nicht ausrutscht. Wieso? Ja nicht, dass irgendwo zufälliger Erbsen rumliegt. Erbsen? Prinzessin? Prinzessin? Erbsen? Prinzessin ob der Erbsen? Hören Sie mal, der war gut. Der war ja richtig was zum Nachdenken. Sepp, Sie müssen es nicht schuldigen. Der meint, der ist komisch. Sepp, jetzt fass doch mal auf damit. Hier, ne. Unter uns Gebetsschwestern. Da. Friedlich. Friedlich. Also friedlich ist anders. Heinz Dieter? Es reicht. Ich bin total friedlich. Bau die Stühle auf. Ja, wird gehört. Die Stühle. Haben Sie denn auch Nachwuchs dabei? Na, freilich. Unser Florian. Ein begeisterter Hobbyvogelkundler. Aha. Ja, ne. Von Vögeln versteh ich ja nix. Ja. Aha. So schaust du aus. Ja. Der hat sein eigenes Zelt da hinten auf der Wiese. Ah. Heiß Dieter. Oh ja. Hören Sie mal. Wir haben ja auch genug Zick zum Klönen, ne? Zeit zu reden. Ach so. Ja, ja. Jetzt packen wir erst einmal aus. Sie müssen wissen, wer uns als Nachbarn hat, braucht keine Feinde mehr. Heidi? Ja. Und? Bist du den Donut von dem Mauston-Schwarzer? Der ist doch gar nicht unrecht. Der Kaffee ist gleich fertig, gell? Und es gibt einen Gucklopf. Sehr gut. Jedenfalls besser bei rheinischer Sauerbraten. Na, voll der Grantler. So. Simona. Du, Egon. Was meinst du? Beißen Sie heut wieder? Ja. Kann schon sein. Warum? Passt du mal raus? Na ja, vielleicht eine schöne Rente zum Abendessen. Ja, wenn du ein ruhiges Fleckerl findest. Ein ruhiger wird da auf alle Fälle. Ja. Herr Platzwart. Hören Sie mal, gut, dass Sie da sind. Ich wollte noch fragen. Müssen wir irgendwas beachten? Hm. Ja, ich meine, könnten wir was falsch machen? Oh ja. Einiges. Haben wir noch irgendwelche Formalitäten zu erledigen? Für die Formalitäten ist die Simona zuständig. Ah, die Simona. Ich verstehe. Na ja, das muss ja nicht jeder lesen und schreiben können, denn. Ja. Wie man es nimmt, gell? Übrigens will ja den Fäuschmacher die Platzordnung und auch die Simona. Wie? Wieso denn Platzordnung? Ich denke, wir sind in Bayern. Ja, mein, wir lassen alle Fünfe ihre Harte sein. Moin, moin, moin. Das Sie mir aber noch schön den Elektrozähler ablesen, ne? Ja, ja. Ist das wie so ne Art, wie so ne Art Schützenfest mit, mit, mit Freibier und so? Ja. Heimatabend mit Musik, Brotzeit. Ja, und wenn's da ein Haus gibt's, dann gibt's ein Freibier auch. Um 8 Uhr geht's los. Ja, hören Sie mal, da hätt ich gerne zwei Karten, ja. Wie bitte denn da Rabatt für Hausgäste? Du fragst auch die Simona, weil die konnte ich mir rechnen und schreiben. Wieso hab ich dauernd das Gefühl, dass der Typ mich nicht ernst nimmt? Heidi! Deine Wirt sind die Berge. Warte mal, Liebelein, ich habe doch hier in Bayern gerade jemanden gefunden, der lesen und schreiben kann. Moment bitte, Herr Simona. Ja, Moment bitte, ja. Ho, ho, ho. Auch schon da. Kennen wir uns? Hallo ihr beiden. Äh, Judith da. Grüß Gott. Das ist aber hier wirklich auch ein herrliches Wetter, ne? Ja. Ja, und das ist ein Traumsee hier, ne? Ja, und das Panorama erst, gell? Also meine Welt sind die Berge. Wie, was kann ich für Sie tun? Ja, die junge Dame war selbstverständlich vor mir dran. Ei, 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 ein Gentleman, ha? Ja, ich gebe zu, das höre ich öfter. Aha. Also, was kann ich für dich tun, Britta? Also, eine Karten für den Heimatabend? Ja, ich hätte gern auch eine Karte. Heinz, die Tabel? Ich meine natürlich zwei, zwei, zwei Karten. Jemand darf ein Watt wegen dem Freireisen. Also, die Karten seien ja schon notiert. Darf sonst noch was sein? Bei mir läuft eine Ameisenstraße mitten durchs Zelt durch. Also, wenn ich Ihnen dabei hilflich sein könnte, ich könnte mich Ihnen als Ameisenbär zur Verfügung stellen. Wir früher, Fräulein, haben immer Backpower, ja? Aha. Ja, also, da haben wir was Besseres. Moment. So, da haben wir Fichtennadelöl und Reuskreide. Macht 4,50, bitte. Passt ja so, danke. Gut miteinander vermischen und auf die Straße schütten. Dann hast du deine Ruhe. Wunderbar, danke. Probier ich gleich einmal aus. Sollte ich Ihnen dabei vielleicht behilflich sein? Danke, aber das mach ich lieber selber. Herr Versteht. Britta, warte, ich komm mit. Ja. Und hier wär das Meldeformular und die Platzordnung. Ja, wird sofort erledigt. Haben Sie was zu schreiben? Freilich, bitteschön. Dankeschön. Simona, muss ich das jetzt dann eigentlich drin oder dann draußen hinstreichen? Ich schau mir das gleich einmal an. Ja. Äh, Sie füllen deshalb eh noch aus. Ich bin gleich wieder zurück. Jetzt komm jetzt. Jetzt zeig dir. Heinz Dieter, wo bleibste denn? Bitte Salinsche, ich muss doch noch die Formalitäten erledigen. Et ist mir gelungen, zwei Karten für der Heimatabend zu ergaffern. Du kannst doch mal mein bayerisches Trachten-T-Shirt rauslegen. Genau. Und diese komische Lederhose. Was soll das denn heißen, die komische Lederhose? Das ist eine original bayerisch-zünftige Lederhose. So, das kann nicht jeder tragen. Ja, da sagst du was. Äh, es gibt sehr wohl Leute, die der Auffassung sind, dass ich so was tragen kann. So, pass auf. Du lernst jetzt die Platzordnung auswendig und ich besorge uns ein Visum für Bayern. Oh, ich brauch jetzt erst einmal was kühle zum Trinken. Ja, mach dat, mach dat. So, was haben wir denn hier? Dann ist... Na, was ist denn jetzt? Wollen Sie mal, sind Sie auch dat erste Mal her? Na, schon bis lefter. Ja, ich mein, ich lach mich grad kapott. Zahlen Sie dat auch? Was? Ja, dat Taxi dat hier im Vertrag steht. Taxi? Na na, wir sind ja mit unserem eigenen Auto da. Ja. Ja, also hier steht, dass jeder Erwachsene 1,50 Euro pro Tag für Taxi bezahlen muss. Diese Verpflichtung ist nicht davon abhängig, ob und in welchem Umfang Einrichtungen, die Kurzwecken dienen, tatsächlich in Anspruch genommen wird. Also entschuldigen Sie, die nehmen das hier aber auch von den Lebendigen. Sie meinen die Kurtaxe? Kurtaxe? Was ist dat denn Milchvieh-Subvention oder was? Ja, das ist im weitesten Sinne auch für Rimpfe hier gedacht, ja. Aber in erster Linie ist für Gäste, die hier im Ort bestimmte Einrichtungen ermäßigt oder vielleicht sogar umsonst besuchen dürfen. Wissen Sie was? Wir am Rhein, wir haben da auch so Parkbänke stehen, aber die kann man so benutzen, wie ich dat gerne mach. Aha, und wie denn? Ümmersünst. Bin ich grad eine Demonstration vorbeimarschiert, gell? Na ja. Aber habt ihr auch bei euch im Rheinland so einen wunderbaren See und so ein idyllisches Panorama, he? Wir haben ein herrliches Panorama auf die A52. Jetzt weiß ich aber auch, wie die ihr großzügiges Freibier bei diesem bayerisch zünftigen Abend finanzieren. Ja, Sie müssen ja nicht hingehen. Natürlich. Ja, ich muss doch das Bier wieder rausholen, dat mach ich mit dem Taxi. Verstehen Sie, Sie mit? Nein, nein, ich weiß noch nicht. Ich fahr vielleicht noch raus zum Fischen, wissen Sie. Noch was, Herr Nachbar. Moin, gibt es hier ein richtig schönes Festchen. Nein, kein Problem. Nicht mal so lang Sie in die Ruhezeiten einhalten, gell? Das war ne Einladung. Im allerengsten Kreis. Ich habe Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Nein, nein, nein. Ich habe erst morgen Geburtstag. Und wenn Sie sich hier was zu trinken mitbringen, können Sie trinken was zu wollen. Sehr großzügig. Ja. Und wenn Sie was zu Grillen mitbringen, dann werfe ich sogar der Grill an. Und zu was genau laden Sie uns ein? Ich schmeiß ne runde Holzkohle. Aha. Auch mal beim Aufstellen für die Windrichtung beachten, gell? Wegen die anderen Camper, klar? Ja, sicher, sicher. Hören Sie mal, bringen Sie mehr Fleisch mit oder mehr Würstchen? Ich frage wegen Senf und Ketchup. Dat stelle selbstverständlich ich. Ah, ich weiß nicht, vielleicht bringe ich eine Renke. Was bringen Sie? Eine Renke, einen Fisch. Ich fahr noch mehr raus zum Fischen. Was, ein Fisch? Oh, hören Sie mal, dein Fisch. Ich nehme auch einen Fisch, ja? Äh, aber damit wir uns noch richtig verstehen, bitte keine zu großen Geschenke, ne? Ja, ja, ich werde schon was passendes finden hier jetzt. So, Sie entschuldigen. Es hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Ah, was ist, haben Sie die Ameisen einzeln evakuiert, ja? Wir können warten, wir haben Urlaub. Ja, dann kommen Sie mit Ihrem Anmeldeformular gleich mit. Ich lese noch den Strom ab. Ja, aber keine Schummeleien, ne? Kein Problem. Ja. Ach, und Sie kommen dann noch zu mir wegen dem Finanziellen, gell? Aha. Hölf mir, Fräulein. Wegen dem Finanziellen wollte ich auch mit Ihnen sprechen, ne? Also, dat Taxi, dat hier im Vertrag steht, dat wollen wir nicht, dat haben wir nicht, dat brauchen wir nicht. Fort damit. Ja, jetzt kommen Sie halt einmal mit. Ja, ja, ich komm ja schon. Und? Seid's euch schon ein bissel näher gekommen? Wer? Ja, der sympathische Nachbar aus dem Rheinland und du? Ich bin mir nicht aber sicher, ob der wirklich aus dem Rheinland ist. Ich glaub eher, das ist ein wegen zu großem Geiz ausgebürgerter Schwabe. Stell dir vor, lad den doch grad morgen zu seinem Geburtstag ein. Ja, das ist doch großartig und gar nicht geizig. Aber überhaupt nicht. Bedingung, Essen und Trinken aber selber mitbringen. Und dat werden Sie auch richtig verstehen. Kein allzu großes Geburtstagsgeschenk. Hast du zu oder abgesagt? Ja, überhaupt noch nix gesagt. nach bestimmt. Wir setzen jetzt mal zu Us. biod Ja, wie seht's aus? Ihr kommt schon zum Heimatabend? Ich weiß doch nicht. Später vielleicht. Der Fisch ruft. Warum seid ihr noch nicht draußen? Jetzt ist doch grad die richtige Bisszeit. Ich wart noch auf meinen Lauchpatrosen. Ach so. Ich weiß nicht. Der Flori, der sitzt drüge im Internet-Kaffee. Internet-Kaffee. Sag mal, Hansi, dass ihr am Chiemse auch schon so ein neumotisches Zeug haben müsst. Ja, mei. Man muss mit der Zeit gehen. Sonst geht man mit der Zeit gehen. So, dann wird das jetzt auch erledigt. Verbindlichen Dank, ne? Halt! Das Wichtigste hätte ich jetzt was vergessen. Ihre zwei Biermarken für den Heimatabend. Das ist wichtig, was kostet. Die erste Masse ist Freibier. Sehen Sie, das ist quasi von der Kurtaxel. Moment, Herr Unkelbach. Bei dem Heimatabend, da haben wir einen Dresscode. Aha. Und wie sieht der aus? Zünftig borisch. Und falls Sie noch ein Gewand brauchen, ich hab natürlich noch einen Trachtenverleih an der Hand. Sie werden lachen, ich hab alles dabei. Da bin ich aber gespannt. Ja, ich zieh mich schnell mal um. Liebelein, ich komme. Wer ruht jetzt mit mir raus? Ja, muss heute dabei mit dem Leichtmatrosen Karin Meier vorlieben, ich meine. Werden wir nicht sagen, dass Sie überbleiben. Aber Staat sei bitte, gell? Ich kann schweigen wie ein Grab. Apropos Leichtmatrosen. Sag mal, die Handynummer von der Britta, die hast du nicht zufälligerweise da. Du bist auch unheilbar. Was willst du denn von ihr? Au. Ja. Zum Beispiel fragen, wie sie heute Abend beim Heimatabend eskortieren soll. Sozusagen als aktiver Dienst am Gast. Gentleman-like. Die Handynummer. Ja, jetzt sag schon. Die steht in den Unterlagen. Her damit. Und wend unter den Datenschutz. Keine Herausgabe geschäftlicher Informationen für private Zwecke. Oh, hoppala. Entschuldigung. Ist ja nichts passiert. Brauchst du vielleicht auch noch was, bevor ich da zusperre? Nein. Oder doch. Heute ist doch der Heimatabend. Ja. Brauchst du noch einen Garten? Ja. Nein. Ich wollte fragen, wer da so alles hingeht. Jeder, der Lust drauf hat. Ja, und hast du Lust? Worauf? Auf den Heimatabend zu gehen? Ja. Ich werd wohl hier gemürsen. Das erwartet der Chef von mir. Dann bist du also da? Ja. Ja, dann könnten wir zwar doch ... Ruh, jetzt bist du spät. Ruh, ruht doch schon der Mama mit mir raus. Also, äh ... Also, Simona. Dass du die geschäftlichen und privaten Dinge nicht durcheinanderbringst, Fräulein Simona. Gell? Leichtmatrose Karin Meier meldet sich an Bord. Ich moin zur Stelle. Sehr gut. Rühren und weitermachen. Du bist ja doch da. Du sollst mich nicht immer Flo nennen. Sonst da drückst mich. Entschuldigung. Ja. Und viel Spaß beim Hangeln. Ja. Den nehmen wir schon, gell? Ja. Fürat euch. Also dann. Karin. Eure Käpt'n. Mein Matrose. Ein Lied. Drei, vier. Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Wohin geht, Kapitän, unsere Reise. Rühren und zu wollen, da reicht unser Geld. Nimm mich mit, Kapitän. Und dann. 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 Wie auch immer, ich schier mal nach den Fischen gucken. Männer, da haben Sie recht. Ja, ich geh dann einmal rüber in meine Zeit. Komm, gleich wieder, Frühstück ist fertig. Ja, ich bin dann gleich wieder da. Oh, ein netter Junge, der Herr Sohn, ein Mann. Wie man es nimmt. Manchmal werde ich nicht ganz schlau aus. Ach, Frau Nachbarin, wolle mir nicht du sein? Ja, weil ich bin die Karin Salina. Sehr angenehm, komm hier. Unangenehm wäre jetzt aber auch schlecht. Grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Alles recht, die Damen? Ja, ja, alles in Ordnung. Et ist uns schon mal schlecht, euer Jange, ne? Dann ist recht. Und, wie hat Ihnen unser Heimatabend gefallen, Frau Unkelbach? Ach, herrlich. Ich hatte da aber auch einen hervorragenden Tänzer gehabt. Was, der Heinz Dieter tanzt gern. Kann ich von meinem Sepp nicht behaupten. Nee, doch nicht der Heidi. Der war doch vorhin ganz mit den Maßdruckstämme beschäftigt. Nee, mein Tänzer hieß Florian. Was? Aber doch nicht mein Flo. Doch, dein Florian. Ein ganz einfühlsamer Tänzer. Was meinen Sie, Fräulein Simona? Ähm, was? Ja, der Florian. Ein ganz einfühlsamer Tänzer. Ja, da kann ich jetzt leider nichts dazu sagen. Wer mit mir hat, der ja nicht getanzt. Guten Morgen, Simona. Guten Morgen, Britta. Ja, Simona, dein Mittel gegen die Ameisen. Eine totale Wucht. Keine einzige. Lass sie mehr bei mir blicken. Mein stiller Flo, ein einfühlsamer Tänzer. Ja, ja. Stiller Wasser sind nicht immer bloß trüb. Das Mädchen, das den man zum Mann kriegt, die hat Glück. Da kannst du einen drauf lassen. Stimmt, du. Das ist ein großartiger Koch. Was? Und waschen und Bügel. Du, der Feier auch selber. Ähm, Simona, jetzt brauche ich mir die bloß noch 50 Sonnenkriege. Gerne. Einen Moment. Ja. Du hör mal, wieso wart ihr eigentlich nicht beim Heimatabend? Weil wir sind Dauerkämper. Da geht man nicht jetzt mehr noch mal hin. Und im Endeffekt ist es sowieso immer das Gleiche, gell? Ja, dat stimmt. Du hör mal, aber dat Schuhplätschel, oh, dat hat mir gefallen. Harry, so langt wo drüber. Hier ist doch scheiß so. Das ist, die Wulch steht auf der Platte. Entschuldige, bin ich da. Schau mal, wie hältst du so einen Krim? Ach, wunderbar. Danke, Simona. Ähm, Simona, sag, kannst du das vielleicht aufschreiben? Weil ich bin ja jetzt sozusagen mit leichtem Gepäck unterwegs, gell? Ach, Frau, ich schirrle mich. Wo kann man denn hier so richtig frei baden? Im See? Nee, ich mein in der Sonne. Ja, drüben auf der Liegewiesen. Nee, ich mein so jans und ja frei. Vor allem oben rum. Ich will nicht wieder aussehen wie ein Zebra. Wisstens was? Da kommen Sie jetzt am besten gleich einmal mit mir mit. Ich bin nämlich sowieso gerade unterwegs zu einem ganz geheimen Platz. Dat wär prima, wenn Sie mir da mal reinigen. Also, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Frau, bleib gleich da. Früchtig ist fertig. Nein, ich muss gleich wieder auf die Pirsch. Was? Wie soll ich das verstehen? Auf die Fotopirsch. Mein Gott. Also, wenn ich es nicht genau wüsste, dann würde ich sagen, der ist nicht von dir. Was denn, was denn, was denn? Möchtest du mir vielleicht jetzt nach über 25 Jahren ein Geständnis machen? Nein, ich hab bloß an gestern Abend gedacht. Wieso gestern Abend? Jetzt waren doch brav in unserer Kohe geschlafen. Mir schon. Oder hab ich da irgendwas verpasst? Aber der Flo nicht. Karin, der Buh, der ist 25 Jahre, ist selbstständig und wahlberechtigt. Der wird schon wissen, was er tut. Ja, obwohl, andere Buben in seinem Alter, die haben Motorradl, Madl und Autor im Sinn. Aber er, der jagt ja nur mit seiner Kamera Wasseramseln. Jedenfalls war er auf dem Heimatabend. Um Gottes willen. Wo, wo ich immer sage, so ein Heimatabend mit Hans, das wäre Murmien schubsen. Dann könnte ein Bub wirklich nicht von mir sein. Und er soll den ganzen Abend mit unserer Nachbarin getanzt haben. Na ja, auf einem alten Radl lernt man bekanntliches Fahren. Also, ich höre auch. Die Salina ist im besten Alter. Eben drum. Nur, wenn ich das so richtig bedenke, mein Vater war ein begeisterter Tänzer. Ja, vielleicht ein Generationensprung. Ein Mensch, der sich tagtäglich trimmt, mit Schwung er jede Hürde nimmt. Ja, und ist ja langsam wieder rein. Onkel Bach fällt über jeden Stein. Das war aber nicht sehr charmant, Herr Nachbar. Immer wieder gern geschehen. Kann das sein, dass Sie dem Rheinländer an sich nichts zutrauen? Ich trau dem Rheinländer alles zu, bloß ich schätze. Ja, oder haben Sie vielleicht was gegen Touristen prinzipiell? Prinzipiell nicht, solange Sie wieder heimfahren. Ich würde sagen, den Humor überlassen Sie lieber mal den Rheinländern. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich bin ein Taxler. Kraxler, so eine Art Reinhard Messler vom Kingau. Ja, immer auf Getijagd und so. Na, nein, Taxler, Taxifahrer. Ach so, Chauffeur. Das ist ein Brezling, ne? Oh, Entschuldigung. Ja, aber mittlerweile bin ich schon lange im Ruhestand. Und genießt ist die Tille da draußen sozusagen. Na ja, ein perfekter Ausgleich zu einem Stau am Mittleren Ring. Ist der Kaffee eigentlich stark? Vieler Siehzuschlag. Ah, die Herren. Apropos Stau. Wie lange fahre ich eigentlich von hier bis nach München? Ich hab da mal in der Termin. Ja, mal, wenn alles gut geht, eine Stunde, gell ich um. Ja. Aber wenn Sie bekam, sechs Stunden. Was? Sechs Stunden? Ja. So lange fahre ich ja von Körner hierher. Ja, mal, bei uns kann man auf der Autobahn manchmal am Irrschberg einen Tischtennisplatten aufstellen. War denn so leer? Nein, so langsam geht's weiter. Ja. Die Lösung ist eindeutig, man muss antizyklopisch fahren. Anti was? Ja, der Zyklope da, der meint andersrum praktisch. Er meint gegen den Verkehr, gegen den Hauptverkehrsstrom sozusagen. Apropos Verkehr. Wat macht ne Blondine im Bett? Keine Ahnung. Ja. Verkehrslärm. Ja, der ist auch wieder. Der ist ganz gut. Der ist ganz gut. Ja, gut. Leute, ich muss nicht frisch machen und ich muss noch mein Fest organisieren. Sie müssen übrigens wissen, ich habe heute geworzt. Da schau ich ja, meine Gratulation. Oh, vielen Dank. Also, Herr Nachbar, die Einladung steht. Ja, wir fahren nicht fort. Wir sind schon da. Ja. Schön mit Öl, ne? Ja, servus. Jetzt gehört endlich wieder Ruhe ein. Ja. Aber sicher nicht für lang. Ja. Drum muss man den Zeil anschnitzen, gell? Ja, mein, ja, mein, ja, mein. Wie haben wir noch nicht so was da schlafen können? Nein. Vielleicht dieser Beamter, die können ja überall schlafen. Aber dafür regnet zu früh. Ja. Hören Sie mal, junger Mann. Ja, was ist denn? Nicht Sie, junger Mann. Sie, junger Mann. Können Sie mir unter Umständen einen Anzündkamin leihen? Ich habe meinen nämlich verjessen. Einen was? Einen Anzündkamin. Den Blasebalch habe ich dabei. Ach, Sie wollen heiße Luft machen? Nein, nein, ich will grillen. Ja, mein, wir dänen halt die Holzkallen drauf, zünden sie an. Und wenn die Glut stimmt, dänen wir das Fleisch drauf. Ja. Das ist aber sehr primitiv. Ja, mein, wir sind halt ein Entwicklungsland, gell. Ja, macht ja nix. Da können Sie sich immer noch entwickeln, ne? Ja, gell. Ist der, ist der jetzt beleidigt? Nein, der Egon ist immer so. Naja, wat fort ist es fort. Was weißt du das wieder? Naja, oder wie ihr hier sagen würdet, da ist Hopfen und Malz verloren. Ich meine, wenn man den ganzen Tag hier sein Dasein fristen muss als Platzeinweiser und Dreckaufsammler, dat is aber auch nix. Ja, ja. Das Leben is eins der härtesten, gell, ja. Ja, hier. Habt ihr mal geklärt, wer sich von euch jetzt hier um dat Fleisch kümmert? Ja? Oh Gott. Ich muss zertranke. Ich muss die Holzkohle besorgen. Nur nicht aufhalten lassen. Ja, ist das na. Also Sepp, du tust einen Pitschen abwaschen, gell? Ich? Ja. Und unser Wasserkanister gehört auch mal wieder aufgefüllt. Alles miteinander? Na, eins nach dem anderen darf man schon reinhören. Und was Pitschen magst du? Ich geh jetzt zum Friseur. Freilich, meinst du denn, ich mag bitte die verwunzelten Haare zu dieser Geburtstagsfeier da gehen? Nein, natürlich. Um Gottes Willen. Wenn der Ministerpräsident persönlich vorbeischaut, um den Staatsgast aus NRW zum Geburtstag zu gratulieren, dann muss man schon ein bisschen aufgemastelt sein, gell, für die Presse, ja. Ah, ja. Jetzt übertreiben wir ihn nicht, gell. Ein Spüli ist da drin. Bitte sehr, bitte gleich. Grüß Gott, Herr Meier. Ja, Simoner. Ah, ah, gut, dass Sie da sind, äh, Fräulein, äh, Fräulein, äh… Simona. Ja, Simona. Wo brennt's denn? Wenn's was brennt, ja nicht, es wird gerade warm. Unser Kühlschrank ist kaputt, ne? Die Salina hat jetzt schon die Butter in den Kühlschrank getan, damit die weich wird. Hahaha. Fasendreh. Nee, nee, nee. Das ist keine Phrase, das ist blanke Realität. Ich sag Ihnen, ich glaube, dein Arrigat ist kaputt. Ich ruf gleich unseren Techniker an. Simona, das braucht's nicht. Fasendreh. Drehen Sie einfach den Stecker um, dass Sie die Pole vertauscht sind, dann geht's wieder. Na ja, haben Sie recht, die Polen vertauschen einem alles, ne? Moment mal, ihr habt hier Polen auf dem Platz, die können sowas reparieren. Den Stecker, mhm. Den Stecker? Mei, das passiert doch jetzt mal, wenn eine Kurzfrau die Karte nicht im Wohngang sauber macht. Ich hab's an Egon schon hundertmal gesagt, aber dann klappt man sie, oder nicht? Und, jetzt wieder? Ja, jetzt runter! Sag ich doch, ned? Der Wunder der Technik. Keiner weiß warum, aber es funktioniert. Danke. Bitte, bitte, gern schön. Ist doch herrlich, ne? Auf so nem Campingplatz lernt man immer wieder neue Lücke kennen, ne? Neue was? Neue Leute kennen. Neue Leute? Ich mag ja nicht einmal die alten. Was meinen Sie jetzt damit? Nix. Sag's mal, Herr Nachbar, was reizt Sie eigentlich so am Campen? Ja, wie soll ich sagen? Das Nomadenhafte, wissen Sie? Weg vom Alltag, schon wie der alte Chinggiskan. Zurück an den Busen der Mutter. Sagen wir besser, in den Schoß der Mutter Natur. Ich persönlich, ich liebe die Mutter Natur. Oh, bei all dem, was sie denn angetan hat, die Mutter Natur. Was meinen Sie jetzt damit? Hören Sie mal, iss keinen Spaß, das wird gleich nass. Das macht nix. Die Roben darf sogar auch mal nass rein gehen. Außerdem, es kommt nicht viel, wenn überhaupt. Um Jottes Willen. Ich kann doch nicht in feuchter FCB-Wäsche schlafen. Das gibt feuchte Träume. Servus. Servus Hansi. Ah, der Schwimmseppel ist auch wieder da. Unser Maß-Group-Champion. Naja, Übung macht der Meister, ne? Wie soll man das jetzt verstehen? Ich habe in der Großgastronomie zu tun. Ah, Catering für Fußballstadien. Nee, Ketchup und Mayo für Dönerbuden. Hier, lassen Sie das mal da. Ich muss jetzt noch Holzkohle besorgen. Danke. Bitte, bitte, gern. Holzkohle? Das ist doch einer meiner leichtesten Übungen. Die besorge ich. Nee, ehrlich? Hören Sie mal, der Grill habe ich hier liegen. Das Fleisch bringen die anderen mit. Sie machen die Holzkohle. Da brauche ich nur noch jemanden für die Salate. Ja, aber was machen dann Sie? Ketchup und Mayo natürlich. Und der Senf, der geht auch auf meine Rechnung. Wenn ich ein festgebe, da lasse ich mich doch nicht lumpen. Also, die Holzkohle, die ist für den Anfänger und für die etwas kürzere Garzeit. Die Briketts sind für den Profi und wenn es etwas länger dauert. Also. Nee, ich glaube ja, die werden prinzipiell was Leichteres mitbringen. Würstchen oder sowas. Wenn Sie mich fragen, einen gescheiten Schweinehals. Wer grillt denn? Ich. Oh. Dann vielleicht doch lieber ein paar Würstchen. So. Passen Sie mal auf jetzt. Stellen wir den Grill hier hin. Ich würde sagen, Sie machen sich jetzt aufholen die Holzkohle. In einer halben Stunde bringen Sie mir die vorbei. Dann zünden Sie mir noch schnell den Kamin an und dann jedet ab mit der Luzi hier. Ja. Was, ich? Sicher. Danke für die Einladung. Hören Sie mal. Das ist ja nicht so leicht, so ein Fest zu organisieren. Ich schieh schon mal einruhen, ne? Ja. Und ich geh mal abwaschen. Ja. Genau. Selbst ist der Mann. Ha, ha, ha. Du musst das ja wissen. Ja. Da schau her. Da sind die Schwimmflügerl von der Tine. Und? He, he, he. Der Papa hat auch schon die nächsten Stunden bezahlt. Uh, du hast ja richtig Erfolg bei den jungen Mädels. Hast du was anderes erwartet? Wenn ich da so an die vergeblichen Ernährungsversuche gestern Abend bei der Britta denk? Ja, leider, leider haben bestimmte Frauen einfach nicht meine humorade Wellenlänge. Und das wundert dich? Ja schon. Aber dir geht's ja nicht anders. Wir nicht anders? Wo meinst du denn das? Ich sag bloß gestern Abend, Stichwort Flo Brian. Darüber gibt's nix zum Reden. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich versteh den Kerl sowieso nicht. Da lässt er so einen feschen Hasen wie die links liegen und schmeißt sich der hochgestellten Rheinländerin an den Hals. Oedipuskomplex. War das jetzt ein Kompliment, Herr Hobbypsychologe? Simona, wenn du mal eine tröstende Therapie brauchst, das war eine meiner Spezialitäten. Da bleib ich lieber auf Diät. Und wieder nix. Aber ich sag's ja, Männer und Frauen sind einfach nicht kompatibel. Wie ist das? Ich muss ja noch ganz dringend. Simona, ich komm gleich wieder, gell? Stau. Simona? Hm? Auch du bist. Und weißt du, wo der junge Meier ist? Nein. Wieso fragen mich bloß alle dauernd nach dem Florian? Gell, erstens bin ich nicht alle. Und zweitens habt ihr euch gestern beim Heimatabend sehr angeregt unterhalten. Ja, sehr angeregt ist gut. Grüß Gott und auf Wiedersehen. Ja, also pass auf. Im Areal 2 ist die Wasserleitung kaputt. Und die muss ausgewechselt werden. Jetzt hat aber der Burger morgen mit seinem kleinen Packer grad in der frühen Zeit morgen. Chef, am Samstag, mitten in der Saison. Das ist aber blöd. Ja, noch blöder war's, wenn uns die Wasserleitung um den Turm fliegert. Na, und jetzt muss der Burger ausgerechnet dahin, wo dem Meier Juniors Rezept steht. Ja, und was soll ihr zu tun? Ja, er soll umziehen heut Abend. Nicht, dass morgen früh der Packer in seinem Zeit steht, nicht? Sagst du ihm halt, er soll auf dem Platz neben der Britta ausweichen. Bloß für zwei Nächte. Und er braucht auch nix zahlen für die zwei Nächte, gell? Ich werd's ausrichten, Chef. So, ich mach kurz fort, ich bin wieder da, hier sind die Soßen. Herr Onkel Bach, alles Gute zum Geburtstag. Oh, das ist aber lieb, Mädchen. Mein Herz, herrlich. Das wird ein wunderbares Fest, finde ich, ne? Mensch, wenn nun der Strandläufer endlich zurückkommt. Welcher Strandläufer? Der Schwimmseppel, der wollte die Holzkohle mitbringen. Ach, der Hansi. Ja. Der wird sicher gleich kommen, gell? So, der Abwasch wäre erledigt. Au. Unser Jubiläu schmeißt bereits die Ochsenbraterei an. Jansen Ochsen, also ihr Bayern seid wirklich unersättlich. Ja, wir, mein Großvater, Gott, haben selig immer gesagt, wo ich auch steh, ein Ochs grast meistens in der Nähe. Einmal. Wir sind doch jetzt hier ganz unter uns. Ja, klein aber fein, ich weiß. Und meine Karin lässt sich auch grad fein machen für heute Abend. Ja, ja. Ich werd's ja mal schauen, ob ich vielleicht was feines für den Grill erwisch. Moment, Sie wollen jetzt noch raus? Es soll doch anfangen zu gewittern. Keine Angst, passiert nix. Und außerdem bei Meiersepp gibt's eine 150-prozentige Bissgarantie. Ah, Mann, Mann, Mann. Wo bleiben nur die Leute mit ihren Zutaten? Also, das ist doch kein Verlass, wenn man einmal seinen Geburtstag plant. Ah, da werden die Feuerstelle schon aufgebaut. Dann muss ich mich ja gleich direkt beeilen. Aber zuerst einmal, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Seht ihr, ich bin gleich wieder da, gell? Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Ah, Entschuldigung. Ein Süßans? Natürlich, wenn's mich jeder hält, wer soll's denn sonst sein? Hallo, jenige Frau. Wie sehen Sie denn aus? Sie sehen ja aus wie ein Funke-Mariechen. Da würde aber die Salina ganz schön eifersüchtig sein. Okay, warum denn? Also, wenn ich da so zu Ihnen hingucke, da ist ja kein Vorbeigucken mehr. Oh, dann muss ich aber aufpassen, bin gleich wieder da. Ich muss mich nur schnell umziehen. Bitte, bitte, keine Eile. Schönen Frauen muss man Zeit lassen. Simona? Ah, gut, das sieht aus. Dann hören Sie mal. Wer bringt das Fleisch mit? Wann kommt die Holzkohle? Wo bleiben die Salate? Fragen über Fragen. Und warum fragen Sie das mich? Ja, und der Schwimmsäppel lässt auch auf sich warten. Ach, haben Sie einen Kurs gebucht? Da ist die Simona zuständig dafür. Ich habe Holzkohle gebucht. Aber was der Hans nebenher verkauft, das ist seine Sache. Also bitte, jetzt machen Sie mal hin. Ja, wollten Sie sich nicht um das Fleisch kümmern? Ja, ich halte hier schon alle nicht mehr auseinander. Ja, ich bin für nicht der Polante. Der Gast ist ja aber nicht gerade König. Hat der jetzt gesagt, ich wäre Pole? So, da wäre die Kohle. Anzünder und ein Krütensteck habe ich vorsichtshalber auch noch mitgebracht. Na endlich! Na bitte, bitte, bitte. So einen Eilauftrag muss man schließlich sauber abwickeln. Legen wir los. Lassen Sie mich das machen, sonst dauert das noch bis Mitternacht. So, wie viel brauchen wir von den Dingern? Zwei, drei, vier. Jetzt helfen Sie mir doch mal! Anrecht! Pupfer! Zange! Kohle! Auf geht's! Bitte sehr! Und los geht's! Moment einmal, halt einmal! Moment einmal, halt einmal! Was heißt das? Der Windrotrat! Was für ein Draht? Nein, gedreht! Also Sie meinen, es kommt doch noch in Ihr Wetter? Nein! Ja und wenn ja, dann erst später! Ja, also? Ja, also! Wenn der Windrotrat, also dreht und jetzt quasi von da auf den Grill bläst, ja dann geht der ganze Rauch in diese Richtung und wenn Sie heute Nacht im Bett liegen, dann rühren Sie wieder gleich an die Pfarreien! Ja, das will! Sie haben völlig recht! Stell mir den Grill lieber nach oben an! Das tät ich jetzt auch nicht! Weil da raucht der Meiers jetzt keinen Gurten! Was raucht der? Wind! Also Sie meinen jetzt von wegen, dass der Wind von da hier rüber nach da rein, richtig? Richtig! Sie sind aber der Schneispanner! Und jetzt? Und jetzt? Jetzt gehen wir hin, dumme! Was soll das denn heißen? Ich bin doch kein Dummi! Nein! Wir nehmen jetzt den Grill, stellen ihn in den Windschatten vom Wohnwagen und es kann nichts passieren! Na ja, wenn es sein muss! Ja, es muss! Ah, du hast doch gehört! Die waren dann die Feuerstelle! Na ja, wissen Sie, wegen dem Wind, damit keiner erstickt! Sehr vernünftig! Hier wäre übrigens Ihr Geburtstagsgeschenk! Schleife um den Schwanz fand ich jetzt ein bisserl unpassend! Ach, dann sind die ja genauso, wie ich sie gerne hab! Wie denn? Immer sind's! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Mr. Onkelbach! Happy Birthday to you! Mr. Onkelbach! Geschafft! Zum Geburtstag! Viel Glück! Sonn Geburtstag! Viel Glück! Zum Geburtstag, viel Glück! Lieberheit Dieter! Ha, noch einer! Zum Geburtstag, viel Glück! Ja, also, dann ist ja wirklich ne Überraschung! Das ist doch nicht nötig! Scheinsteiter! Uuuu! SELINCHEN, wo kommst du denn her? Ich bin in der Saal hingeschlafen! Wenn der Flo nicht gekommen wäre, würd ich jetzt noch da brutzeln. Ja, ich wollt Vögeln in der Dämmerung begegnen. Ja, ich wollt Sie nicht aufwecken, weil Sie haben es so schön geschlagen hier. Sein Mädchen, ich hab mir schon richtig gehend Sorgen gemacht. Also noch einmal, Heidi, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Komm her, mein Schluppelchen. Ich hab doch der Sonnenbrand. Wir waren so lange nicht mehr in Urlaub. Ich vertrag sie so nicht mehr. Ja, du. Au! Entschuldigung, ich hab da alles ausgelöst. Du bist lindert und kühlst den Schmerz ab. Ja, Mädchen, richtig, lasst ihr helfen. So, liebe Freunde, liebe Gäste. Trinkt doch eine mit, stellt euch nicht so an. Salinschen, wo ist denn der Champagner? Du hast doch gesagt, du hattest welche an der Tanke gesehen. Ja, ich hab vielleicht schon eine Tante gesehen, die hat aber geschlossen. Wo ist das Bier? Also, wenn Sie weiß, Bier auch grad, da kann ich aushelfen. Und eine Flasche Prosecco haben wir auch zur Reserve immer im Kühlschrank gehalten. Nee, das kann ich doch nicht annehmen. Entschuldigung, Leser. Und die haben sie selber dabei. Super, super. Na, den Heimatabend schon verdarrt. Ich? Wieso? Ja, du warst ja ein unermüdlicher Trenzer, Mensch. So, ja. Grüß dich, Florian. Servus, Simona. Ich soll vom Chef was ausrichten. Ja, und was? Äh, also, genau auf deinem Stellplatz müssen leider Baumaßnahmen an der Wasserleitung durchgeführt werden. Ja, muss ich jetzt runter vom Platz? Nein, nein, bloß rüber ins Areal F4. Und wann? Eigentlich sofort. Was soll's? Na, werd ich halt zusammenbacken. Komm, da wär der Prosecco. So, da wären die Gläser. So, da waren wir. Ah, auf die Leute ist Verlast, ich denke mit. Simona. Äh, Chef, die Meier Junior hab ich's ausgericht. Ja, ja, ist schon gut. Äh, du, den Korb. Ach so, ja, ja, gleich. Moment, ich helfe dir. Es brennt. Wo? Der Grillmädchen, nur der Grill. Also, liebe Campingfreunde. Und Freundinnen. Tja, ich bin kein Mann der großen Worte. Aber aus besonderem Anlass muss ich auch mal über mein Schatten springen. Ja. Herrschafts-Heitenwärme-Kette, ihr weiß, dass ich nicht gern red. Also, lieber Meister Egon, ich bin beschämt, da ist zu viel der Ehre. Jetzt langsam bitte und ruhig, der Ego macht grad eine Ehrung. Ja, also. Machen wir doch einfach kurz, lieber Egon. Ich bin begeistert, ich bin überrascht, ich bin irritiert. Aber ich würd sagen, jetzt heißt er doch einfach, vierer, vierer, vierer. Was meint er? Feiern, feiern, feiern. Ja, feiern. Aber gut, dann gratulier du ihm gleich. Äh, wen? Ja, Sepp. Ne, das ist ein Missverständnis. Hier steht der Jubiläum. Nein, 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 der steht schon da. Nein, mein Geburtstag. Ach, Geburtstag, Geburtstag, was ist denn das schon? Bei der Geburt wird man nicht gefragt, ob er will. Aber bei der Auswahl des Campingplatzes ist man frei. Ach. Und wenn sich dann einer 40 Jahre lang für unseren Campingplatz entscheidet, gibt's für mich bloß eins. Vergeht's gut. Das hab ich ja gar nicht gewusst. Ja, ja. Wir haben immer schon eine akkurate Buchführung. Auch für mich. Das ist aber eine ganze Jahresration. Für jedes Jahr eine Flasche. Ja, ja. Ich muss mich jetzt wieder um die Wasser, Leute. Also kommt, die Gläser stehen schon bereit. Ja, hab ich gesagt, Leute, der Täter kommt ja bekanntlich immer wieder an den Power dort zurück. Und deshalb, naja, ich mag's wieder hingehen, ich red einfach weniger. Jawohl. Dann würd ich sagen, stoßen wir doch lieber, jetzt hätt ich beinah gesagt, auf unser ausländisches Geburtstagskind haben. Nicht reichlich, Leute, das ist für alle gesorgt. Doch, Heidi, ich bin ja so unglücklich. Guck mal, wie ich aussehe. Ist doch ja, wir sind doch schon verheiratet. Also, der tröstet mich ungemein. Prost. Prost, meine Hunde. Heils Dieter, sag mal, stimmt das eigentlich, dass wir Rheinländer sehr spendabel seien? Sicher, dann zieht man doch an mir. Meine Herrschaften, der Grill ist voll am Laufen. Prima. Der Grill auch, he? Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt noch ein bisschen... Ach, komm, Schwamm drüber. Ah, der Wind hat Draht. Jetzt können wir den Grill wieder rüberholen. Ich habe einen Hunger. Vorsicht, U. Ha, 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 ist ein Funkenflug. Ja, dann wär ich mich mal um die Rente kümmern, he? Ich habe hier ein paar Würstchen Original-Münschner-Weißwürzle. Gut, das ist jetzt aber nicht Ihr Ernst. Wieso, da ist doch hier eine Spezialität. Dann glaubt ihr, alt kulinarisch zu sein, an Tafelspitz auch eher für Hunderassen. So, esst ihr die etwa hoch? Also, ihr Bayern seid wirklich noch sehr in der Entwicklung. Nein, wir haben bloß unsere eigene Kultur. Oh, Heidi, dass ich dir deinen Geburtstag aber auch so versauern muss. Denkt er nix, das macht der schon selber. Lass mal gucken, liebe Heidi, alles Liebe zum Geburtstag, deine Salina. Nee, nee, der dacht doch mal die Schwarzheiten. Killer-Tippet nicht. Ich hab ein Ticket für das Spiel morgen in der Arena. Oh, wow! Gibt's die beiden Stern des Südens? Du wirst niemals untergehen. Bei mir in Gutem, die in Städte zeichnet. Zueinander stehen! Musik Die weh in Gutem, die 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 in Gutem! Und schon ist alles weg! Hat eigentlich jemand, das freistückt? Hm? Guten Morgen! Guten Morgen, Salina! Guten Morgen! Wie geht's denn dein Sohn im Brand? Danke! Deine Salbe wird wahrer Wunder! Guck mal! Oh je! Schaut schon viel besser aus! Danke! Möchtest du nachher vielleicht einen Kaffee? Ja, ein Käppchen, wär nicht schlecht! Dann mach ich was klein, gell? Ich glaube, ich muss mich da noch einmal für meinen Mann entschuldigen! Okay! Sieh doch nicht! Oh, dat is aber nett! Dat zie mich nett finden! Ja, ich mein, Sie kennen ja nix der Frühe! Sie san ja bloß die Frau! Äh, was soll dat denn heißen? Nein! Warum müssen sich Fußbauter und die Männer immer wie die Hottentotten aufführen? Oh, mei! Spiel nur dem Hanspult der Wald, gell! Und? Schlauft der Heinz-Dieter noch? Nee! Wie ich oft hier wach bin, war der schon weg! Du, soll ja dat Bettzeug zum Lüften an der rausgelegt! Wahrscheinlich is er zum Schwimmen und den Kopf zu kühlen! Der Sepp, meine is auch schon maus zum Fischen! Ja? Aha! Und dann Flori hat er als Rudersklaven mitgenommen! Oh, ho, 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 ho! Magst du vielleicht ein paar Brezen? Oh, gerne! Hier wird ja nur bei euch so lecker Brezen! Mach ich uns gleich welche, gell? Ja, ne? Oh, Hallöchen, Flöchen, hu hu! Ah, na, hallo! Und? Wieder auf der Pirsch gewesen, ne? Nie? Wieso? Ach so, nein, ich hab mein Apparat immer dabei! Ja, dat weiß ich und dat seh ich! Ja, aber heute is das Licht net so gut! Ja, ja, vor Sonnenaufgang is it am dunkelsten! Und hinter jeder Wolke scheint ein neuer Licht! Ja, i muss da noch mal wieder, gell? Ah, morgen, Flo! Seid's schon wieder da? Äh, wir? Ja, und wo is er denn, der Herr Oberlöwe? Oder traut er sich nicht her? So, du meinst dann Papa? Ja, keine Ahnung, wo der heut ist! Und da seid's miteinander beim Fisch? Naja, also ich, wir ... Oje, oje, oje! Hat vielleicht irgendjemand eine Kopfschmerztablette für mich? Ah, des wär ein Notfall! Vielleicht die Simona? Moment mal, da kann ich aushelfen! Kleiner Moment! Das wär nett, danke! Haben dich die Feierlichkeiten gestern so mitgenommen? Ach, nein! Aber der Bagger, der da hinten über die Wiese hin und her rumpelt, ich sag dir was, der macht mich wahnsinnig! Ja, der muss doch dich heut in der Früh auch gestört haben, oder? Ach, so der, ja! Keine ... Ja, den hab ich nicht so mitgekriegt! Aha! Guten Morgen, Simona! Morgen, Britta! Ah, Simona, jetzt hätt ich bitte gern noch mein Financial Daily, ja? Gern! Du Flo! Du sollst mich nicht immer Flo nennen! Ja, schau doch einmal, ob's das Boot von Papa irgendwo, siehst du wie ein Kunde ja gleich! Ja gleich, Mama! Nicht gleich! Sofort! Sofort! Morgen, die Damen! Morgen, Hansi! Morgen! Küss die anknädige Frau! Na, wie stehen die Aktien? Insider-Informationen gibt's von mir leider nicht! Ja, bitte! Dankeschön, danke! Bis später! Da muss ich halt ganz einsam und alleine sterben! Bis dahin kannst du dir noch um deine Lieblingsschülerin Tine kümmern! Sag einmal, kann das sein, dass du mich nicht ernst nimmst? Dich ernst nehmen? Mama! Steht nicht in meinem Vertrag, Herr Kollege! Mama! Frau Kollegin! Mama! Ja? Also, das Boot ist nicht da! Man wird ja halt noch beim Fischen draußen sein! Ha! Jesus, das Boot! Richtig! Die Wasserwacht, die hat grad angerufen und euer Ruderboot, das haben sie drüben bei der Herreninsel im Schilf gefunden! Jesus, Marant Josef! Und wo ist der Sepp? Das Boot war anscheinend leer! In der Stunde wollen sie's rüberbringen! Es wird dem Papa doch nichts passiert sein! Das ist so, dass er ins Wasser geht, so wie der König Ludwig! He, he! Eher unwahrscheinlich! Weil das, das war doch auch im Starnberger See! Und weiß jemand, wo Heidi ist? In den Bergen! Oh! Okay! Mein Heinz-Dieter! Wo ist der? Hab ich heut noch nicht gesehen! Normalen Stunden ja Eisern seine Morgentour! Was? Ja! Am Bootsteg, da handelt er sich raus! Und auf der drüben Seite dann wieder rein! Und das mindestens zweimal! Jetzt machen sie keine Visumatenten! Wo ist mein Mann? Das weiß ich leider nicht! Vielleicht weiß es ja die Fritta! Was soll das denn heißen? Ja! Doch! Doch! Vielleicht weiß ja der Herr Hirl was! Ne! Der war doch gerade da! Der hat aber nichts gesagt! Der sagt bloß was, wenn er danach gefragt wird! Und das nicht immer! Ach! Frau Lanzi Mona! Können Sie den nicht einmal anrufen? Ja! Der ist gerade irgendwo am Platz! Ich meine auf dem Handy! Der Herr Hirl oder Handy? Hansi! Was ist denn jetzt? Ja ja ja! Ich weiß schon! Businesses Urschl! Hehe! Die kleine Fine war denn! Na ja und! Holt sie mich für auf den Laufschmeng! Ja ihr wisst ja! Ich bin ein Rettungsschwimmer! Richtig! Du hast ja das kleine Seepferdchen! Hallo! Schau doch einmal, ob du den Egon irgendwo findest! Vielleicht weiß der wo der Papa ist! Ja! Als ob er Rentner nicht auf sich selber aufpassen könnte! Komm her! Karin! Wenn er doch bloß was tun könnte! Ja! Abwarten! Das ist alles was uns übrig bleibt! Ja! Ich bin gleich wieder da! Ja und unsere beiden Fußballjäcken können sehr gut auf sich selber aufpassen! Fussball ist unser Leben! Hm! Ja genau! Ich stelle gerade fest! Da das hier richtig erholsam ist! Ohne unseren Männer! Das kommt laut so! Hm! Sie weiern! Stern des Südens! Du wirst niemals untergehen! Heinz Tieter! Herr Liebchen! Wo kommst du denn jetzt her? Wenn ich das wüsste! Hör mal! Du bist ja batschnass! Ja! Es wär auch schon aufgefallen! Und wovon? Ich weiß ja nicht! Dann zieh dich rum! Du holst dir ja sonst den Fips! Ja! Wo ist der Sepp? Heinz Tieter! Da ist was passiert! Da ist was passiert! Mama! Du hast ja blühende Fantasie! Zwei auf Tod und Leben verstrittene Fußballfans kämpfen mitten in der Nacht in einer Nussschale auf dem Chiemsee um Leben und Tod! Soll heißen, wer die bessere Mannschaft verehrt! Die Roten oder die Blauen! Dabei erschlägt der Rote den Blauen mit einem Ruder! Und der Rote wirft den Blauen in die ewigen Fluten des Bayerischen Meers! Mein Jotter Sir! Mir ist janz plümmerant! Heinz Tieter! Wo warst du? Der Rote Mörder! Ich? Ich kann doch nicht meine Fliege mit der Klatsche hauen! Oh Jotter! Mir ist janz schwindelig! Ich muss mich hinlegen! Na, wos ist denn es? Harry mit jetzt! Ah! Ah! Oh Jotter! Du liebe Grüße! Ich glaub, das brauch ich jetzt nicht! Lächte sich in meine Bettwäsch! Oh, tut mir mein Schädel weh! Den kann ich wegwerfen! Verbrennen! Ja und ich erst! Diesen Mief krieg ich noch nie mehr raus! Wie kannst denn du dir seinen Schreck einjagen? Wieso denn ich? Das war doch dieser hinterhältige rote Rheinländer! Der hab mich doch bloß mit K.O.-Tropfen aus dem Gefecht gesetzt! Jawoll! Was hab ich? Also wenn ich dir was ins Glas getan hätte, dann... Dann, dann, dann! 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 Dann, dann, fahl ich mich mal, wieder freiwillig von dir diese hellige Bettwäsche hier verhunzen lasse. Der hellige hellige Bettwäsche! Dieser roten Mief! Den krieg ich reminds hardly die ich aus meinem Poon raus kam! Du мой roten Mief! Und das sagt mir eine blaue stinkende Socke! Aar, ooo! Schönte типа Galei, jetzt brauchst du die letzte Irung! Bitte nix Fettes! Können Sie sich an irgendwas erinnern? Wir waren beim Du, das weiß ich noch. Wenn ich noch mal auf die Welt käme, ich käme nicht mehr. Lass mich jetzt mal ganz langsam mitschreiben, ja? Also Sie haben von diesem Bercht-Zertouillier den Korb geschenkt bekommen mit dem Schnaps und dem Speck drin. Nein, du hast. Nein, nein, Sie haben. Du hast, wir waren beim Du. Ach so, ja richtig, natürlich, wir haben ja Bruderschaft getrunken. Geküsst auch? Ich hoffe nicht. Ja, und dann haben wir von den Bruderschaft-Trinkern Hunger bekommen, da haben wir den Speck gegessen. Und der Speck war so salzig, da haben wir wieder Durst bekommen, dann haben wir den Schnaps getrunken. Ja, dann ist es dir schlecht geworden. Das weiß ich noch, wir sind da beide runter zum See. Ja, stimmt. Ich wollte schwimmen. Und du? Nein, ich nicht. Mir war es zu kalt und ich bin dann wieder da her. Aber wieso? Wieso bin ich auf einer Bank am See aufgewacht? Ja, das weiß ich nicht, aber du hast ja vollefälle geärgert, das weiß ich noch. Wegen deiner Geburtstags-Fete hier. Das war ja nur einfach ein Missstabendnis, ein Fissma-Steck. Weiß heute was? Ein Fissma-Steck. Echt, du. Sonst steht doch kein Mensch. Jedenfalls musst du die ganze Nacht diesen schroten, fürchterlichen Schmachtfetzen da übern Campingplatz blärmen lassen. Schmachtfetzen. Der Stern des Südens ist doch ein super Lied. Ja, super. Und du mit deinem Stab wie noch nie warst ja auch in der Endlosschleife. Hier, der Bergseppel, ne? Der hat ja auf seiner Trillerpfeife getrötet. Bis Mitternacht. Du, sei vorsichtig. Dieser Bergseppel ist ein ganz besonderer Bergseppel. Jut, Seppel bleibt Seppel. Ja, komm mal her, komm mal her. Siehst du da hinten den Steg da hinten? Siehst du den? Ja, du meinst den mit dem lecker Mädchen drauf in dem quietschgelben Bikini und dem knallroten Juni-Boat? Du denkst immer bloß an das eine. Ich denk doch nicht nur an Boote. Nein, ich mein da hinten, ganz da hinten den Steg mit der Segeljacht. Ach ja, ja, doch, den See ist verschwommen. Ja, eben. So, dann schauen wir auf die andere Seite rüber. Ja. Das Kurhaus siehst du, Strandbad und dann ganz da hinten das große, schöne Hotel siehst du auch. Ja, und dann ist ja unübersehbar das erste Haus am Platze. Ja, das Hotel und noch vier weitere und so ein Dutzend Ferienhäuser. Das gehört alles dem Bergseppel. Dem, 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 dem... Ja, dem Egon Hirn. Der ist so ziemlich der größte Immobilien- und Grundstücksbesitzer hier bei uns am ganzen Chiemsee. Willst du mich verarschen? Ja, das würd ich gern. Dem Feuer stirbt's leider, ja. Wieso macht er hier den Dreck-Einsammler und beim Heimatabend den Köbis? Den was? Der Schankkerner. Ei, von nix kommt nix. Was denn, alles für die Erben? Erben, Erben und Kinder hat der Egon keine. Gut, dann gebe ich mich ab sofort selber frei zur Adoption. Ich bin schon wach wie ein Schießhund. Ach, da sind's ja. Ja, da kann ich auch wieder gehen. Meister Eger, äh, Meister Eger, kommen Sie her. Bitte setzen Sie sich schon. Darf ich Ihnen ein Tässchen Kaffee anbieten? Nein, ich hab heut schon einen Kaffee. Ach, bitte, Sepp, jetzt hol da mal eine saubere Tasse und vor allem eine schöne. Ja, bitte sehr, Sepp. Also bitte Platz zu nehmen. Na gut, wenn's erlaubt ist. Ja, aber selbstverständlich, Herr Hörl. Das ist eine andere. Nein, nein, er heißt Hirl. Herr Hirl, Herr Hirl, bitteschön. So weit machen wir's. So, bitteschön, hier wir eine frische, saubere Tasse. Tja, dankeschön, aber ich trink bloß ein Tass Kaffee am Tag. Ja, wegen meinem Herz, gell. Um jottes Willen, lieber Herr Hirl, ist Ihnen nicht gut? Ja, ist schon gut, aber ich möchte halt einmal so alt werden, wie ich ausschaue. Also, der war richtig gut, ne? Dabei sehen Sie höchstens aus wie 75. Ja, na, na. Ich meine, 72, 72. Ja, da sehen Sie es. Und dabei wäre nächstes Monat erst 72. Naja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja, ja, ja. Darf ich Ihnen vielleicht was anderes zu trinken anbieten? Sagen wir mal einen Saft oder vielleicht einfach nur ein Wasser? Na, sagen Sie lieber, was Sie wollen, dann haben wir es hinter uns. Gut, also, lieber Herr Hirl. Hier, hier, wo heißt der? Lieber, lieber Herr Hirl, ich wollte mich eigentlich nur bei Ihnen entschuldigen für all die Unannehmlichkeiten, die ich Ihnen bereitet habe. Tja, Entschuldigung angenommen. Ich darf jetzt wieder weiterarbeiten. Aber jetzt entspannen Sie sich doch mal, damit Sie endlich aussehen wie 71. Witzig. Aber ich muss wieder ins Restaurant rüber, weil wenn die Gäste vom Boden kommen haben, so wäre ein Mord zuungen. Aha, da könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein. Sie müssen wissen, ich bin vom Fach. Vom Fach? Ja, ich arbeite der Großgastronomie. Ich beliefere zum Beispiel die Werkskantine einer Firma für Lebensmittelfarbe. Das hat man gestern gemerkt bei den Weißwischen. Also, ich bin ein Ass in Verhandlung und Optimierung. Ich habe ein klares Geschäftsprinzip, das heißt, weniger Ausgaben, mehr Einnahmen. Ja, aber meine Gäste wollen nichts Billiges, sondern etwas Preiswertes. Also lieber etwas eigenständiges selber gemachtes. Und keinen Kartoffelsalat aus dem Plastikkübel. Ja, dann brauchen Sie aber ganz schön viel Personal, nicht? Ja, mein. Personal haben wir genügend. Gell, Florian? Jawohl, Chef. Ich bin so Chef. Ja, Papa, irgendwann musstest du natürlich auch erfahren. Und außerdem hast du ja immer gemerkt, dass ich was Gescheites lernen soll. Ja, das schon, aber ... Ja, und deswegen werde ich ab sofort die ganzen Flaschen auf dem Campingplatz einsammeln. Ja, und als Geschirrwäscher im Kuhhaus arbeiten. Du kannst mir helfen, hast ja eh Erfahrung mit dem Abwasch. Du, ja, nicht frechnein, gell, Bürscherl. Also, Egon sei mir nicht böse. Ich meine, Flascheneinsammler und Geschirrwascher. Ja, also, sag ich nicht schon nicht. Papa, die kann man so leicht aufm Arm nehmen. Wieso? Ich fang im Kinsichtüberl. Ja, beim Alfonso, dem Koch vom Herrn Hirl als Lehrling an. Ja, und wenn ich dann ausgelernt hab und den Laden übernimm, dann gibt's ja gleich den ersten Stern. Der Stern des Südens, du wirst niemals ... Ja, auf, nicht schon wieder mit dem. Ja, ja, und dann, dann kann man noch einen Wellnessbereich dazu machen. Langsam, langsam mit die jungen Rösser, gell. Bis dahin ist noch ein weiter Weg. Ja, ja, aber Ideen hat er. Und ich weiß, was er will. Da muss er sich halt durchpassen, nicht? Also, meine Unterstützung hat er. Ja. Und wenn's dir recht ist, Sepp ... Ja, natürlich ist mir recht, Egon. Ich bin froh, wenn der Buur endlich mal was Gescheites lernt. Also dann, hab drauf. Ich muss sagen, dann ist ja Familien- und Geschäftssinn allererster Güte. Da kann ich schon lernen. Respekt. Ja, ja, ja. Einen schönen Tag noch. Ich und dir auch, ja. Ich verstehe, lieber Sepp. Erben leicht gemacht, ja? Langsam, langsam, gell. Ich hab davon keine Ahnung gehabt. Das ist allein dem Flo Rian seine Idee gewesen, ja? Ja, was ist jetzt? Dann muss ich los. Ja, ich bin gleich da. Ich komm gleich. Kannst du drauf aufpassen? Die kann ich jetzt nicht brauchen. Ja, passt. Na ja, was fort ist, ist fort. Ja. Die beiden Herren auch schon auf. Morgen, morgen, morgen. Sind Sie jetzt auch unter die Fotografen gegangen? Ja, das ist ja Flo seine Kamera. Ach so, dann ist doch hier ein Supermodel. Mach doch mal ein Brustbild. Ich meine ein Porträt. Oh, wer? Sie sind doch garantiert so ein richtiges bayerisches Fotomodell, hä? Weit. Dann sind Sie vielleicht eine bayerische Schauspielerin. Kalt. Ja, aber dann vielleicht eine bayerische Fensterin. Kälter. Dann weiß ich es auch nicht. Investmentbankerin. Ja, Investmentbankerin. Ja, Sie dürfen den Mund schon wieder zumachen. Ja, ich bin Investmentbankerin. Also, keines von diesen schwarzen Spekulationsschafen, gell? Nein, ganz seriöse Kundenberatungen. Ich hätte nie gedacht, dass Sie ein schwarzes Schaf sind. Die Tasse weg. Eher ein weißes Lämmchen, ne? Aber dass eine Blondine auch noch was im Kopf hat, da denkt natürlich keiner dran, gell? Bitte, wer wird denn so chauvinistisch sein? Sehr gut, sehr gut. So, der Herr. Willst du mir was erklären? Salinschen, das ist nicht so, wie du denkst. Wie denk ich denn? Hier, das ist alles ganz anders. Hier, die haben doch nur die Kamera und sie liehen von dem Florian. Ganz promotionell. Alles ohne Hintergedanken. Bei dir wird nichts ohne Hintergedanken. Der Paar ist ja grad erst gescheit worden, gell? Ja, ja. An deiner Stelle war ich ganz stark, gell? Ich bitte dich, Salinschen. Du bist und bleibst meine Nummer eins. Oh, deine Nummer eins ist doch der FCB. Da kommt doch erst einmal der Schweinsberger, der Trüberin, der Pommes. Oder wie die alle so heißen? Und dann, dann komm irgendwann einmal ich. Es gibt doch für mich nur einen Stern des Südens und das bist du. Und das soll ich dir glauben? Du weißt ja nicht einmal, an welchem Tag wir geheiratet haben. Aber natürlich weiß ich das. Und? Das war der Tag, an dem der FC Bayern München gegen Schalke 04 0 zu 7 verloren hat. Du bist ja so sage, dass unser Hochzeitstag ein raubeschwarzer Tag war. Ja, 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 ja. Hier, Herr Floh, hören Sie mal. Wir haben Ihre Kamera in Obhut genommen, damit da nix drankommt, ne? Ja, danke. Heidi, lenk nicht ab. Aber Salinschen, meine friedliche Prinzessin, du bist meine Königin. Und du mein Hofnacht. Es war so schön. Heidi, Heidi. Heidi, Heidi. Ich mach dir mal einen Vorschlag. Jetzt schmeißt einfach drei von den FCB-Kasperl aus dem Bett. Ich meine, ich stell sie symbolisch vom Platz und der Haussegen hängt wieder gerade. Und das sagt mir ein Blauer. Du doch, du nicht so scheinheilig. Ich habe ein gutes Gewissen. Weißt du, welche Leute ein gutes Gewissen haben, ne? Die mit schlechtem Gedächtnis. Also die Wasserwacht, die hat jetzt das Boot zurückgebracht und das liegt jetzt wieder ordnungsgemäß verteilt am Steg. Und die zwei Handtücher da drüben und diesen Bikini haben sie noch gefunden. Wen der wohl gehört? Das gibt's ja, das gehört mir. Sag, kannst du mir erklären, wie die Handtücher und der Bikini in unser Boot kommen? Ich trage kein Bikini, ich trage nur einen Teiler. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Was weiß ich, wenn ich das Handtücher tun hätte. Eine Handtücher möchte ich nicht. Ja, Mama, jetzt beruhig dich doch. Die wollen wir aber nicht beruhigen. Doch, weil die Simona und ich gestern noch beim Baden waren. Und da haben wir ein bissel rumgeblödelt. Ha, ha, rumgeblödelt. Ja, und dann sind wir vom Boot ins Wasser gefallen. Ja, und dann ist das Boot halt naus drüben und wir sind da gestanden. Ja, genau. Die sind da gestanden. Wir sind wenigstens gehen, verstehst du? Was? Ja, ja, die Irrungen und Wirrungen einer Sommernacht am Chiemsee, gell? Das liebes doch was herrliches. Ja, liebe Leine, aber du weißt, hohe Flammen brennen nicht lang. Deine Blut ist auch nicht mehr so heiß. Was? Ich bin so heiß wie ein Vulkan seit der Tag, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, jener Samstag vor Rosenmontag. Du kannst dich doch an unser erstes Mal erinnern. Ja, das war doch die legendäre Begegnung zwischen Bayern München und 1860. Da ist dann keine Karten mehr gekriegt und dann haben sie es nicht eben verlobt. Ersatzweise. Ja, könnte man so sagen. Und ja, deswegen, ich muss los, ich müsste längst auf der Autobahn sein. Wohin? Na ja, nach München, die Arena. Heinz-Dieter, du bist zum Leipzig ein hoffnungsloser Pfau. Na ja, du hast recht, ich weiß ja gar nicht, wie ich von hier auf die Autobahn komme. Also, Sie wollen heute auf die Autobahn, am Feriensamstag, um halb drei. In einer Stunde bin ich da. Aha. In einer Stunde sind Sie höchstens am Irschenberg. Nein. Und hier eine aktuelle Verkehrsmeldung für die A8-Satz-Bord Richtung München. Zwischen Siegstorf und den teilweise fließender Verkehr. Im weiteren Verlauf bis Volkskirchen 20 km. Bravo. Oh, ja, ja, ja. Alles hat Ende. Dann is mein Tod. Ja, tu doch nicht so. Ich bin zwar auch ein Fürstball-Fan, verstehst? Aber man kann's überdrehen, geh, Karin. Das muss ausgerechnet du sagen. Moment einmal. Das Ticket, das is ja gar nicht für die Woche. Das is erst für nächste Woche. Aber dann is ja dat weher, dat könnt ja... Ja, dat is ja wunderbar. Hast du dat gehört? Danke, Britta, vielen Dank. Heiß dich doch. Zalinschen, ich liebe dich. Und weisst du wat? Wir beide, wir machen jetzt jans wat für uns. Nee, wat denn? Wir gehen da jetzt in den Wohnwaren und legen uns in Bett. Oh, aber Heidi... Und dann hören wir uns dat Spiel im Radio an. Ich will zurück nach Menschenklappern. Ja, Heimweh ist schlimmer wie Durst, geh. Das kenn ich von meiner Zeit von der Marine. Ach, Sie waren Seebär bei der Marine? Jo, jo. Eher kämp'n Blaubär, bei denen ich Vereinsfarben hab. Ja, ich mein, ich fahr ja auch gern ans Meer, geh. Aber für einen kurzen Lapp ist der Chiemsee grad richtig. Genau. Drum haust der Chiemsee auch das bayerische Meer. Und das verbindet. Ob in Hamburg oder in Bayern. Jut, wisst ihr denn aber auch, wat der Unterschied is zwischen Hamburg und Bayern? Sicher, sicher dat. Sicher, sicher dat. Wir Bayern ham den FCB und 1860. Und Hamburg hat den HSV und St. Pauli. Nee, 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 nee. In Hamburg, da heisset Schiff ahoi. Und hier bei euch... Hä? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.